Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es noch eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar möchte ich heute einmal ein kurzes Update zu unserer Verletztenliste geben. Danach möchte ich noch einmal ganz kurz über Sandro Schwarz sprechen und über möglicherweise ein recht gutes Talent, welches uns verlassen könnte. Bevor ich da aber beginne, nochmal der kurze Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video am Ende gefallen, lasst gerne ein Like. Und ich würde sagen, starten wir rein in die heutige Ausgabe der kurzen Hertha BSC News. Ja, fangen wir mal an mit einem möglicherweise Abgang, der uns drohen könnte. Und zwar Timur Geiret. Timur Geiret ist momentan offensiver Spieler, ist Z2M und zwar bei uns in der zweiten Mannschaft. Er spielt in unserer Regionalliga-Mannschaft und hat in dieser Saison wirklich abgerissen. Hat dort Top-Leistungen gezeigt und war wirklich ein wichtiger Faktor, dass unsere zweite Mannschaft sich in dieser Saison recht schnell stabilisieren konnte. Er ist 23 Jahre alt und ist dementsprechend schon bei uns im Verein seit der Saison 1920 und ist von dort aus von Viktoria Berlin zu Hertha gewechselt. Und ja, man muss sagen, er hat hier sehr gute Fortschritte gemacht. Er hat gezeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Er kriegt einige Interessenten zugesagt und zwar Waldhof Mannheim aus der dritten, Eintracht Braunschweig, die Aufsteiger in die zweite Liga und 1860 München haben ein Auge auf ihn geworfen und würden diesen Spieler gerne verpflichten. Und im Grunde genommen kann man sagen, ja, es wäre das Sinnvollste für ihn, zu einem Verein zu wechseln, wo er ständig Spielzeug kriegen könnte, was auf einem höheren Niveau ist als Hertha BSC 2. Ich hätte ihn natürlich sehr, sehr gerne bei den Profis gesehen, da es halt wieder einer unserer, ja, muss ich mal sagen, ein Berliner Spieler ist und der sicherlich sehr, sehr lange schon mit diesem Verein was verbindet. Hätte ich gerne umgesehen, vor allem seine offensiven Kräfte kann man durchaus bei unserem Team gebrauchen. Ich muss es halt eben sagen, er hat in dieser Regionalliga-Saison 14 Tore und 10 Vorlagen erzielt und war damit Topscorer der gesamten Liga. Und ich finde, das ist sehr ausschlaggebend und ich finde es schade, dass man es nicht geschafft hat, auf ihn weiter zu setzen. Sein Vertrag läuft am Ende dieses Jahres aus, das heißt, er wird uns zusätzlich auch noch Ablösefrei verlassen. Es ist aber nicht dramatisch. Es zeigt halt eben auch, dass wir ein Verein sind, der gerne auch Spieler weiterentwickelt und sie diese dann natürlich wieder abgibt. Er hat sich hier gut entwickelt und konnte sich hier präsentieren und hat sich jetzt wahrscheinlich in das Visier einiger Zweit- und Drittligisten gespielt. Viel Glück für die nächste Aufgabe. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder oder vielleicht verlängert er ja hier den Vertrag, sollte vielleicht die Aufstiegschance von Hertha BSC 2 bestehen bleiben. Ja, gucken wir dann mal jetzt auf das zweite Thema. Sandro Schwarz. Sandro Schwarz ist momentan Trainer von Dynamo Moskau und Sky hat die News bestätigt. Man befindet sich wohl bereits auch schon laut Sky in Gesprächen mit Sandro Schwarz. Sandro Schwarz ist, wie gesagt, ein 43-jähriger Trainer. Er trainiert momentan Dynamo Moskau und war bereits schon in der Bundesliga aktiv. Falls ihr ihn nicht kennt, er hat 85 Spiele lang die Mannschaft vom ersten FSV Mainz 05 trainiert und geleitet und im Grunde genommen muss man sagen, dass seine Leistungen dort sehr wechselhaft waren. Er hat 85 Spiele immerhin bestritten, aber ja, er war halt eben auch ein Grund, warum der erste FSV Mainz 05 in den letzten Spielen, wo sie dann nicht, wo Svensson hatten, ein heißer Abschießkandidat waren. Man muss es eben sagen, seine Taktik war meistens sehr, ja, es fehlt so eine taktische Variabilität von ihm. Sie ist sehr starr und immer ähnlich und dann ist sie zusätzlich auch noch sehr anfällig, aber in Dynamo Moskau macht das momentan sehr, sehr gut. Man muss es halt eben sagen, er hat es geschafft, in Dynamo Moskau ein sehr gutes Team zu entwickeln. Er steht momentan auch im Finale des russischen Pokals und man muss es auch sagen, er ist zweiter Platz der russischen Liga. Er ist dort ein sehr, sehr guter Trainer, hat es geschafft, die Mannschaft zu überzeugen und mitzunehmen. Das ist etwas, was ihm in Mainz überhaupt nicht gelungen ist und ich muss sagen, dort macht das momentan sehr, sehr gut, aber er trainiert halt immer noch eine russische Mannschaft und ja, unabhängig der allgemeinen Meinung muss man halt eben sagen, dass das ein Riesenthema für die Medien ist und dass das möglicherweise ein neues Unruhe in unseren Vereinen reinbringt. Man muss es halt eben sagen, sollten wir uns halt mit einem Trainer beschäftigen, der uns trainieren wird, der ja aufgrund des Krieges oder trotz des Krieges nicht Russland verlassen hat, wüssten, würden wir uns natürlich wieder mal einige doofe Fragen anhören lassen und das könnte halt natürlich wieder auch unseren eigenen Vereinsklima schauen. Und da muss man eben auch noch dazu sagen, dass seine Phase in Mainz wirklich teilweise richtig, richtig schlecht war. Er hat sich zum Beispiel in einem Spiel 8 zu 0 von RB Leipzig abschlachten lassen und dementsprechend muss man halt eben sagen, dass er hat das Team nach wenigen Monaten und auch der eine oder andere Saison nicht mehr erreicht. Es war allgemein sehr, sehr wechselhaft und Mainz war unter ihnen halt ein Abschließkandidat und hat jedes Spiel bestritten wie ein Abschließkandidat. Das hat man an der Spielphilosophie und an der Spielweise gesehen, dass Mainz gespielt hat wie ein Abschließkandidat. Und ja, wenigstens hat er in Moskau die Kurve gekommen. Ich sage mal so, ich möchte Sandro Schwarz nicht sagen, dass er ein schlechter Trainer ist. Er ist sicherlich ein sehr, sehr guter Trainer, aber es gibt deutlich bessere Alternativen, die auch für uns realistisch wären als Sandro Schwarz. Und zusätzlich muss man halt eben auch sagen, dass es bei uns momentan wichtig ist, Kontinuität in den Verein zu kriegen und dass dort ein besserer Trainer mit höherer Qualität jetzt zielführender wäre für die kommende Saison. Aber was das alles angeht, muss man auch erstmal abwarten. Freddy Bobic hat ganz klar betont, dass man sich erst mit der nächsten Saison beschäftigen muss, wenn Hertha BSC den Klassenhalt klar gemacht hat beziehungsweise den Abstieg klar gemacht hat. Und dann, wenn Entscheidungen gefällt, sollten wir natürlich diese Saison noch spektakulär absteigen. So wird Sandro Schwarz nicht unser Trainer sein, sondern wahrscheinlich ein Kandidat für die zweite Liga, wie zum Beispiel Dimitrios Gramozis. Da muss man aber wie gesagt auch erst abwarten und erstmal gibt es dazu zu sagen, kann man es noch nicht endgültig beurteilen. So, dann gehen wir jetzt mal aktuell zu unserer momentanen Phase ein. Wir haben ja momentan super viele Verletzungen. Wenn wir allein schon darauf blicken, haben im letzten Spiel Marco Richter, ein wichtiger zentraler Mittelfeldspieler, gefehlt. Dann natürlich Jorotic, der schon wieder übelst lange fehlt und uns in den letzten Spielen sicherlich noch mehr geholfen hätte. Aber all diese Spieler sind wieder zurück im Mannschaftstraining. So wie Richter, Darida, Jorotic und Maoli da sind, alle wieder zurück im Mannschaftstraining. Das ist sehr, sehr wichtig. Momentan ist es halt eben so, dass wir vor allem wegen dieser fehlenden Qualität und der fehlenden Kaderbreite oftmals aus Spieler setzen mussten, die diese Position noch nie gespielt haben, die dieser Position überhaupt nicht treu geblieben sind, die dementsprechend zum Beispiel ist jetzt Darida mal auf dem rechten Mittelfeld. Das geht gar nicht. Das haben wir im letzten Spiel gegen Mainz gesehen und das ist halt jetzt eben möglicherweise mit dem Wiederkehren von Marco Richter Geschichte und ich hoffe, dass wir dann auf Richter auf dem richtigen Flügel setzen, damit wir dort Tempo und Umschaltfußball spielen können. Und das ist halt eben sehr, sehr wichtig. Man muss es halt eben sagen, auch Marvin Plattenhardt könnte wieder zurückkehren ins Hertha BSC-Training. Er dreht bereits schon einige Runden und wird damit hoffentlich für das Spiel gegen Dortmund in drei Tagen fit sein. Wir haben gegen Mainz gesehen, wir brauchen einen Linksverteidiger. Nichts gegen Martin Darder, ich mag ihn sehr, aber die Linksverteidigerposition, die kann er eben nicht bespielen, was auch logisch ist als Innenverteidiger. Dort braucht es dringend eine Umstellung. Leider gibt es aber auch eine nicht so gute News. Derek Boyata fehlt leider momentan im Training und das ist sehr, sehr schade. Wenn wir auf Derek Boyatas Statistiken sehen, dann sehen wir ganz klar, wie er sich in den letzten Spielen deutlich Spiel für Spiel verbessert hat und es ist bitter, dass er momentan im Training fehlt. Ich kann nur hoffen, dass unser Kapitän für das Dortmund-Spiel wieder fit ist und ja, möglicherweise dann zusammen mit Niklas Starks den Abschied feiern kann. Zu stark gibt es leider noch keine neuen Erkenntnisse. Ich hoffe, dort sind wir auch bald besser informiert. An dieser Stelle werde ich dieses heutige Video beenden. Ja, so viel heute zu den heutigen Hertha BSC-News. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns tatsächlich morgens im neuen Video wieder. Bis dahin, genießt diesen Morgen, Mittag oder Abend. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns und tschüss.